Viva la Figa! Willst du einen YouTuber? Nein, nein, nein. Wir machen foreign Videos. Da die Frühstückszeit schon vorbei war, mussten wir in einem Café um die Ecke frühstücken. Da wir jetzt um 15 Uhr einstecken können, haben wir uns gedacht, wir chillen jetzt erstmal ein bisschen am Pool. Da jetzt nicht viele Leute hier sind, werden wir auch die Zeit genießen. Bitte ins Zimmer gehen können. Ich meine, wir haben auch so gut wie gar nicht gepennt. Die Zeit haben wir uns dann mit Sonnen vertrieben. Aber das sollte sich im Nachhinein noch bei mir rechnen. Was habe ich hier gesagt? Creme dich ein. Ich habe mich zwar auch ein bisschen verbrannt, aber nicht so wie du. Ja Leute, auf jeden Fall, hier ist sehr viel Verkehr, sehr viele Leute, sehr warm, aber angenehm. Und ich bin jetzt gespannt, ich bin das erste Mal hier in Marrakesch. Andrea meint auf jeden Fall, das wird dir gefallen. Ich hoffe, dass er damit auch recht hat, sonst geht der Flug auf seinen Nacken. So sieht man aus, wenn man den halben Tag am Pool verbracht hat und sich nicht eingecremt hat. Ein leichter Sonnenbrand würde ich sagen. Und meine Sonnencreme gebe ich noch dem Andrea hier neben mir und sage ihm, benutzt du die nicht, brauch die nicht. Aber jetzt ist es so. Gerade eben endlich ins Zimmer gekommen. Ja, genau. Haben uns kurz frisch gemacht. Und jetzt geht es zu dem Djemalbna und zur Kutubia Moschee. Mal gucken, ob wir da was essen oder erstmal so vorbeigehen. Aber wie in meinem letzten Video nicht vergessen, wenn du auf diesem Platz bist, pack die Kamera weg. Du wirst nur genervt. Da das Hotel ein paar Minuten Gehweg entfernt war vom Zentrum, mussten wir natürlich zu Fuß gehen, was aber halb so wild war. Es ist zwar jetzt schon Chaos hier, aber das ist nichts im Gegensatz zu dem, was heute Abend bzw. bei Sonnenuntergang hier los sein wird. Wie ich das schon vom letzten Mal Marrakesch gewohnt bin, haben wir alle Stände und alle Zugs besucht, die man dort nur sehen konnte. Heiß war es natürlich auch noch. Also ich war das letzte Mal im Dezember hier und da habe ich abends noch eine dünne Jacke angehabt, aber tagsüber konntest du hier super spazieren. Aber jetzt? Ich denke, man sieht, was ich meine. Und was noch total nervend hier ist, alle fünf Meter. Heiß, heiß, heiß. Heiß, heiß. Die nerven so hier. Wer Lust auf Oliven hat oder andere spezifische Delikatessen, die dieses Land bietet, ist hier auf jeden Fall bestens aufgehoben. Und dann ist der Andrea auf Süßkram gestoßen, den er unbedingt mitnehmen wollte. Entschuldigung, Entschuldigung. Wie viel? Was ist das? Zuhaar! Zuhaar! Wie viel? Habe ich mich gut artikuliert? War mein Englisch gut, zufrieden? Ja, es ist ja nicht so schwer, how much to say. Ja, aber was soll ich mir sonst sagen? Was soll ich mit dem handeln oder? Ist zu viel gewesen, ja? So ein Ding drei Euro. Das ist doch nicht viel. Klar, ein Ding ein Euro. Du musst handeln, Junge. Du musst handeln hier. Das war handeln? Ich habe gesagt, 13, 13, das ist 20. Ich habe gesagt, nichts gut ist, ja? Auf jeden Fall, es geht weiter. Ich muss das Ding auf jeden Fall bekommen, aber billiger. Ich habe nur noch ein Euro in der Tasche. Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir so langsam was essen? Ja, ne? Sollen wir diese auf der Platzfläche? Ja, ich kann dir sagen, warum? Was, warum? Weil ich das letzte Mal alleine hier war. Wollte ich das nicht alleine machen. Jetzt bin ich da, Habibi! Ja, zu zweit ist Lebensmittelverpflichtung nicht so schlimm wie alleine. Ja, deswegen testest du vorher. So, Freunde, jetzt habe ich wieder das Ruder hier übernommen. Das ist das, was ich meine. Guck mal, was gibt es. Ich habe alles. Ich gucke erstmal rum und dann sage ich dir Bescheid. Ja, guck mal für später Morgen. Ja, du bist ja. Du hast einen guten Preis, ne? Preis? Ja, du hast einen guten Preis. Für die Leute, die Marokkaner. Einen Moment, einen Moment. Ich habe nur eine Familie. Ich habe nur ein bisschen Eier und Kartoffeln. Und eine Familie. Ich habe nur Spaß und Gemüse. Ich spreche in Deutsch in Italien. Ich spreche in Italien. Italienisch, Deutsch, Englisch. Du bist ja. In Italien. Seht ihr, genau das ist das, was ich meine. Wir sehen dich mit der Kamera an. Oh, YouTuber, YouTuber. Ich bin so ein Bier. Hol dich raus, hol dich trotzdem raus. Ja, weil es mir egal ist. Man muss das mal zeigen. Da kommt der Nächste. Danke. 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 Was ist das erste, was Sie hier sagen? Italiener, Spanier. Ciao, Pipo. Komm mal. Viva la Figa. Sie sprechen Englisch, mein Freund? Ja. Wenn Sie essen wollen, haben Sie die Barbecue, Tenshin, Lapshop. Danke. 41. 41. Sind Sie YouTuber? Nein, nein, nein. Wir machen Porn-Videos. Hier sind diese Schlangenbändiger und diese, sorry, dass ich das sage, Idioten mit den Affen mit den Ketten am Hals. Deswegen mache ich hier aus. Bis gleich. Also ich habe bei Instagram, nee, sorry. Ich habe bei TikTok ein Restaurant gesehen, der hier in Marrakesch ist. Der heißt Safran. Da sind wir jetzt gerade durch Zufall gelandet. Ist jetzt schon was teurer, aber ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Also das war wirklich genau so, wie ich es in den TikTok-Videos gesehen habe. Da merkt man, dass manchmal TikTok wirklich doch eine Referenz ist und nicht nur eine Spielerei und Zeit vertreibt. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen teurer, was wir hier jetzt bestellt haben. Wir haben nämlich ein Menü bestellt mit Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Das kostet 45 Euro pro Person. Dann haben wir eine Flasche Wein bestellt für 40 Euro. Und die Wasserflasche. Da weiß ich gar nicht, wie viel gekostet, aber dann ist es doch eh egal. Weswegen wir natürlich auch dort waren, war die Abendshow. Wer soll denn hier sein eigenes Wort verstehen? Ja, und als die Show vorbei war, haben wir die Rechnung bestellt. Und wir haben an dem Abend so 200 Euro plus 10 Euro Trinkgeld dargelassen. Hier haben wir jetzt 11 Uhr. Bei euch sind es jetzt Mitternacht. Und hier ist noch Halligalli. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück zum Hotel. Weil morgen früh geht es wieder zurück an den Pool, wo ich aber unterm Sonnenschirm bleibe. Ja, sag ich mir jetzt. Und um 15 Uhr gehen wir dann auf eine Quad-Tour mit anschließendem Kamelritz. Und einen schönen Berberabendessen. So Freunde, guten Morgen aus Marrakech. Wir haben direkt wieder den Platz an der Liga gesichert, aber diesmal im Schatten. Ich habe mich auch fett eingecremt, was ich sonst nie mache, aber hier ist die Sonne anders. Um 2 Uhr werden wir dann abgeholt, weil wir zu einer Quad-Tour in der Wüste fahren und anschließend dem Dinner in der Wüste. So, wir haben unseren Plan ein bisschen über Bord geworfen, noch etwas am Pool zu chillen. Wir haben uns jetzt fertig gemacht. Gehen jetzt wieder in das Epizentrum des Chaos, wie man gerade hört. Um uns eins von diesen 1 Euro Brötchen zu holen, wo das Hackfleisch geschnippelt ist und und und. Das gehen wir uns jetzt mal anschauen. Bevor wir um 2 Uhr abgeholt werden, um diese Wüsten-Tour zu machen mit Sonnenuntergang. Für umgerechnet 1,50 Euro gibt es dort, so wie ich es nenne, einen marokkanischen Döner. Das ist Hackfleisch mit Gemüse gemischt, dort wie man auf dem Bild sieht Käse. Es gibt es aber auch in vegetarisch. Natürlich dürft ihr jetzt die Hygienestandards wie in Deutschland hier nicht vergleichen. So, jetzt essen wir so ein bisschen einheimisches Essen. Ob wir nachher am Klo landen werden, wir wissen es nicht. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht hinten lang geht. Hier werden sich die Hände desinfiziert, bevor die die Spachteln annähen. Manche würden jetzt sagen, das sieht total unappetitlich aus und warum benutzt er so eine komische Spachtel. Aber Leute, probiert es einfach. Der Geschmack ist wirklich super. Meinst du, das war ein Fehler mit dieser Harissa? Unten haben die das zubereitet und durch diese Wendeltreppe konnte man dann hoch in den ersten Stock, wo man auch essen konnte. Und da wir immer einen Scherz drauf haben. Wenn du eine Quattour machst, der Transporter hier ist, du einsteigen sollst, aber es ist drinnen wärmer als draußen. Ich hoffe, die Klimaanlage geht jetzt direkt los, weil ich schwitze das ganze Oberteil sonst voll. Und nein, die Klimaanlage wurde nicht angemacht, aber zum Glück gingen die Fenster seitlich auf. Nach fast zweistündiger Fahrt sind wir jetzt endlich angekommen. Wir wissen halt jetzt nicht, ob es erst auf die Kamede geht und dann mit dem Quad. Aber so wie ich das alles kenne, wird jetzt erstmal gelabert und kauf dies, kauf das, kauf jenes. Gleich zeigen wir dir wieder Arganöl und und und. Wie fandest du die Fahrt? Viel zu lange, ja. Erstmal konnten wir uns dort in diesem Lager ausruhen, bis die nächsten Busse ankamen. In der Zwischenzeit gab es natürlich marokkanischen Tee mit frischer Minze, der immer gut ist. Wobei ich ihn dort am liebsten in den Cafés trinke, weil dort wirklich frische Minze ins Glas mit reingepackt wird. Und nun sieht man, warum wir zwei Stunden gefahren sind. Wir sind wirklich in der Wüste. Natürlich haben wir ein richtiges Wüstenoutfit bekommen und dann ging es auch schon auf die Kamele. Ich meine, wenn man es genau betrachtet, sind es gar keine Kamele, sondern Dromedare. Ich habe gedacht, die Abschiebung war mit Flugzeug. Und jetzt ratet mal, wie er wieder in ein Verkaufsgespräch geraten ist. Weißt du, wie oft das ist? Bis jetzt, in jeder Tour, wo ich war, haben die diese Zwischenstops gemacht. Dann sagen die dir, du kannst das kaufen, du kannst jenes kaufen. Wir machen nur kleinen Zwischenstopp. Bisschen Geld daran? Ja, das ist alles so organisiert, damit jeder ein bisschen mit dran verdienen kann. Eine Stunde Sport fahren. Ich muss diesen schwitzigen Arsch hier hinter mir führen. Und nach einer halben Stunde wird dann geswitcht und ich darf fahren. Abfahrt. Erst ging es durch die Stadt, also eher gesagt durchs Dorf. Und dann sind wir auch wirklich in die Wüste gefahren. Aber naja, man durfte nicht driften, man durfte nicht zu schnell fahren. Man musste komplett hintereinander bleiben. So viel Freiheiten hast du bei so einer Tour dann doch wieder nicht. Achtung, Gegenverkehr. Das hat man halt dort in der Wüste auch oft, dass viele verschiedene Touren aufeinandertreffen. Ich meine, wir wurden ein paar Mal ermahnt, aber ein bisschen driften muss ja wohl doch drin sein, oder? Die Jungs, die hinter uns waren, haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Staub geschluckt. Und da mir das mit meiner teuren Kamera zu schade war, hat der Andrea hinter mir mit meinem iPhone gefilmt. Was ihm aber dann fast aus der Hand gefallen wäre. Es hört sich an, als ob es jetzt endlich was zu essen gibt. Ich habe nämlich Bauchschmerzen vor Hunger, ne? Bis zum Essen mussten wir dann doch was warten. Aber schaut euch mal an, wie schön es abends aussieht im Gegensatz zu tagsüber. Ich glaube bei mir ist das die Kombination mit gestern zu Das war zu viel Sonne, heute so kalt. Also nicht kalt, der ganze Wind. Dann haben wir da abends gegessen und seitdem ich was gegessen habe, ist mir einfach nur kotze. Als ob es jeden Moment rausgeschossen kommt. Und die Jacke habe ich auch noch an, mir ist voll kalt. Aber was willst du machen? Wenn du schon hier bist, dann musst du auch durchziehen. Mir ging es am Ende so schlecht, dass ich mir nicht mal die Feuershow angeguckt habe. Und dem Fahrer gesagt habe, mach mir bitte den Wagen auf, ich muss mich da reinlegen. Ne, ist voll kalt. Ich habe mich auch 20 Zentimeter entfernt vom Lagerfeuer hingestellt. Ich war der einzigste da, der da stand, aber es war mir egal, mir war so kalt. Deswegen war dein Teampartner da. Mir war so kalt. Team WA. Mir ist immer noch kalt. Ich würde ja gerne sagen, guten Morgen aus Marokko, aber wir haben jetzt schon 14 Uhr. Ich habe die beste Nacht meines Lebens verbracht. Mit Schüttelfrost, als ob ich ein Breakdancer wäre. Mit vier Decken. Ich habe mir sogar den Topper vom Bett obendrauf gelegt. Ich fühle mich immer noch richtig beschissen. Ich denke mal, das war ein Sonnstich. Aber nichtsdestotrotz werden wir nachher wieder weiterziehen und weitere Sachen fürs Video sehen. Ich versuche jetzt gerade noch auf mein Leben klar zu kommen. Und ja. Stopp, dein Leben klar, Junge. Stimmt, da ist ja noch jemand. Moment, Moment. Mir geht's inshallah gut. Alhamdulillah. So Habibis. Wir haben jetzt insgesamt fünf Stunden am Pool gechillt. Jetzt langsam kommt der Hunger. Obwohl ich nicht Hunger habe, aber ich was essen muss, um wieder klar zu kommen. Ich fühle mich immer noch total schaden. Aber den letzten Abend können wir doch nicht im Hotelzimmer verbringen. Das geht doch gar nicht. Man sieht sogar, dass ich mir nicht mal die Haare gemacht habe. So scheißegal ist mir das. Dieses Restaurant war ungefähr 25 Minuten Fußmarsch entfernt. Und natürlich hatten wir Google Maps wieder aktiv. Die Bewegung und die frische Luft haben wir natürlich gut getan. Also ging es wieder halbwegs bergauf. Auf jeden Fall hat der Andrea hier bei TikTok ein cooles Restaurant gefunden, wo wir jetzt gerade hingehen. Und zwar gibt es dort, wie nennt man das? Geräuchert. Na ja, geräuchertes Fleisch jeglicher Art. Ist das hier? Nein, nein. Das macht oben ein Uhr auf und das ist so lange offen, bis die alles verkauft haben. Mal gucken, was uns dort erwartet. Am Anfang wirst du halt gefragt, ob du lieber Lamm oder Rind haben möchtest. Und dort zahlst du dann direkt am Anfang und kriegst alle Beilagen, die im Preis mit inklusiv sind. Durch ein kleines Vorgespräch hat er gemerkt, dass ich ein YouTube Video drehe und hat natürlich die Lichter ausgemacht und seine Show abgezogen. Aber lasst euch von der Show nicht beirren, das war auch wieder einer von den teureren Läden. Kann mir mal jemand verraten, der jetzt ein Kilo Fleisch essen soll? Danke. Das war jetzt lecker, aber einfach viel zu viel. Hier liegt bestimmt noch 3-400 Gramm Fleisch. Das war weg jetzt. Das hafst du jetzt weg. Ich würde hier Früchte geben. Ich finde aber, das hätte ein bisschen heißer sein können. Ja, der schlägt sich lecker. Guck mal, wieder hier reinhaut. Hiermit gehen noch Grüße raus an die militante Veganerin. So Leute, letzter Abend hier im Marrakesch. Und wie kann man den Abend besser ausklingen lassen, als mit einem schönen Crepe und ganz viel Vanilleeis? Natürlich durfte noch ein Besuch im Gemma El Vna nicht fehlen. Hier haben wir uns dann die Show ein bisschen genauer angeschaut und auch 1-2 Euro Trinkette verteilt, was halt am letzten Abend nicht so wild war. Dieser nette Mann hier mit der Mütze hat auch die Show mitgemacht, von dem wir erst dachten, dass der Obdach los sei. Aber dann haben wir gemerkt, der gehört ja zur Show dazu. So Leute, das war es wieder in Marrakesch. Marrakesch 2.0 ist hiermit vorbei. Vielleicht geht es ja nochmal nach Marrakesch. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch, abonniert diesen Kanal. Dann verpasst ihr die nächsten Reisen nicht. Das war Marrakesch 2.0.